Auf der Kasanka, auf dem kleinen Flüsschen, schwimmt ein blauer Hände nicht. Daigurani, daigurani, schimmt ein blauer Hände. 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 Daigurani, 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 schimmt ein blauer Hände. Daigurani, 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 schimmt ein blauer Hände. Daigurani, 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 schimmt ein blauer Hände. Ariane, nicht nur am Nachmittag. Das Räumer war kurioserweise meist in der Nacht zu Tage getreten. Aber nun hatte das Moor seine Schuldigkeit getan. Sie brauchte sich bis auf weiteres nicht mehr wie ein Pumpelstilzchen bzw. eine lahmende Laufente vorzubewegen. Fühlte sich viel besser, ja geradezu rund erneuert und verhünft. Trotzdem steckte sie ihre müden Füße nicht ungern ins Fußbett. Sie glaubte sich nach mühseliger Suche ein bisschen mit sich selbst gefunden und die Eltern leid vieler verdünnisiert zu haben. Sie lebte noch von ihrem Mann und von diesem getrennt, beschieden. Einige Zeit hatte sie noch diverse Anstrengungen unternommen, ihn kompatibel zu machen. Es war vergeblich gewesen. Ihr Ex mit allen Abwaschen und Gewaschen, dennoch in ihren Augen ein Flach-Schwachkopf, Nachtblindgänger und Neanderdog. Mahnvoller Gegensätze und uneinig mit sich selbst, Nienis-Girn hing doppelt mindestens vorbrechende Nase, hatte ihr kurz für am Auseinanderdriften noch den Wagen verdorben, als so ein rasender Rollerblödmann dahergekommen war. Aus, Puff. Vorläufig ist Ariane, das ganze Jahr über Herbstzeit bloß angezogen, auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, was sie gar nicht schätzt. An dem Bushaltestellen ist es oft so zugig und drinnen im Bus dampfen und dumpfen die Leute vor sich hin, dass es ein Haus ist. Ein Prost. Sie braucht sich zurzeit nicht zu den Tiefgaragen-Penzol-Emissionsausgleich des Handlangerinnen zu zählen. Von einem Anbietermann, einem Haberer-Kadaberer, hält sie nichts. Sie will ihre eigene Chefin sein und verlässt zurzeit das Außerhäuse getragen von Kontaktdiensten. Das Spiel Mensch ärgere mich nicht, hat es ihrer Ansicht nach lange genug gespielt. Ihr ehemaliger Subaltern angestellt im Institut für angewandte Sadistik, wo er bis zur Pflichtbewusstlosigkeit Männchen war. Es war eine Frau in Bingen, die tat beim Singen schön klingen. Aber dann mit der Zeit, dann war es soweit, dann tat der Gesang nichts mehr bringen. In dem Zoo von Ottawa waren keine Ottern da. Die schlingelten sich gerade in Essen. Das hatten sie ganz vergessen, der Opa, der Enkel, die Oma. Es sprach eine Dame in Frankfurt. Du glaubst wohl im Ernst, ich bin krank? Kurt. Ich kann dir nur sagen, wenn du mich tust fragen, ich brauche nur einen Trank, Kurt. Du warst doch schon mal in Havana. Das sagte der Hans zu der Anna. Da musst du dich irren, streng an dein Gehirn. Könntest wissen, dass das war die Hanna. Es gibt eine Frau in Hagen, da liegt es ganz schwer im Magen, dass ihr Mann sie betrügt, wann immer sich's fügt. Dann kann sie den Korn vertragen. Es war ein Herr im Halbfutter, der sprach. Was habt ihr hier für Futter? Ich wünsche zu speisen, auch immer auf Reisen, Ach, als wäre ich zu Hause bei Mutter. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Glocken